Was kommt da mit GLS? Wow, ein Paket. Ein Paket. Na ja, Name ist Markus. Der Herr Markus schickt mich da. Irgendjemand will, dass ich die nächsten zehn Jahre weitermache. Vielen Dank, Herr Markus. Ich hoffe, ich kann mir dafür eine Gegenleistung erbringen. Das ist ein Wahnsinn. Weihnachten ist erst um 24 Uhr. Danke nochmal. Ein Paket? Zwei Pakete? Was ist denn in Ihrem Paket? Keine Technik Holraumversiegelung. Wahnsinn. Das gibt es da nicht. Also, ich habe das nicht bestellt. Und derjenige, was mir das gekauft hat, vielen Dank. Das ist echt nett. Jetzt komme ich die nächsten sieben Jahre, wo ich noch arbeiten muss, vor der Pension, nochmal locker damit aus. Danke. Ich habe schon eine Idee, was ich damit mache. Normal mache ich ja mit dem Spree nur die Türen, die Heckklappen. Aber ich habe eine Idee. Ich habe mir ein Quart gekauft, so ein Arbeitsquart zum Schneeräumen und so weiter und das werden wir vor Korrosion schützen mit dem Spree. Hey, danke, Herr Markus. Danke. Dann haben wir ja noch ein Paket. Noch ein Paket, das ich mitbestellt habe. Oh mein Gott. Schieber, was ist das? Was ist das? Wer bestellt denn sowas? Hilfe! Das ist ja eklig. Ich glaube, ich konnte sie meine Hand nicht geben. Oder? Ich glaube, sie würden es aber mögen, gell? Na gut. Wollen wir mal nicht so sein. Aber normal kriegen, das haben wir sowas nicht. Herr Mark. Ist ein großer. Ja. Mhm. Wäre ja auch eins. Boah. Der ist ein bisschen raus. Das ist ja voll eklig. Das ist ja die Chinesen für den Wein. Ich glaube, das ist wirklich für Kina gedacht. Ich hoffe, jetzt kommt es nie auf die Idee, dass es mir irgendwann mal so was schickt. Ich bin Vegetarier, für alle. Da möchte ich mich beim Alpen-Schrauber bedanken. Hey Mario, Servus. Er hat mir so ein Stück Käse mal gebracht, er habe mich besucht. Schöne Grüße in den Bregenzer Wald. Der Mario ist einer für die besten Alpen-Schrauber, den es in Bregenzer Wald gibt und vielleicht Umgebung. Und wenn es einmal einen Zahnräumen tauscht, beim Alpen, dann schaut es auf seinen Kanal. Alpen-Schrauber, ich verlinke euch den. Da. Aber das ist mir nicht verrückt. Sie waren. Ich hätte mir ein Bestes zu schmecken, wie... Jetzt wird einmal genaugt. Wahnsinn. Wo ist denn die Sina? Da drin. Ach, bellen geht noch, oder? Ja, bellen geht noch. Das ist echt nett. Aber bitte schickt mir nichts mehr für den Hund. Das ist erstens zu viel. Und zweitens, vertragen sie das auch nicht so. Die kriegen immer das Gleiche und das vertragen sie. Wenn man einem Hund irgendein Futter gibt, was er sonst nie kriegt, das gibt immer Probleme. Aber danke schön. Ich werde es ans Tierheim weiterleiten. Hallo YouTube. Also, ich habe jetzt schon wieder so viel Hundefutter gekriegt, wie ich niemals brauchen kann oder verwelten kann für meine eigenen. Noch dazu kann man ihnen nicht alles geben und auch nicht alles, was sie nicht gewohnt sein, macht oft Probleme beim Hund. Ich habe schon wieder zwei Mega-Bugs-Häte gekriegt mit mega viel Hundefutter rein. Das dürften noch irgendwelche Lungen sein und da sind irgendwelche Sticks rein. Also, ich bedanke mich recht herzlich. Es ist echt volle nett. Aber ich kann es meinem Hund nicht alles geben. Gleich halt ein bisschen. Und deswegen habe ich eine gute Freundin von mir angerufen. Die Monika. Hallo Monika. Servus, grüß euch. Die Monika ist eine begnadete Tierschützerin und rettet immer Hunde nicht allein im Ausland, auch im Inland. Und da geht es ihnen auch oft nicht so gut. Und hat selber eine ganze Meute. Hallo Mäuse. Wie geht es euch? Da ist alles rein von jung bis alt. Hallo Mäuse. Die sind ja so lieb. Wahnsinn. Hallo Jasko. Ja. Hallo Jasko. Yeah. Und bei der Monika ist das glaube ich ein bisschen besser aufgekommen als bei mir, weil die hat auch gute Kontakte zu den Tierheimen, zu den Umliegenden und gibt es dann weiter. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, was da kommt. Hi. Ah, ein Paket. Danke schön. Hey, super. Danke, danke. Ciao. Oh nein. Aus Deutschland. Ich schau jetzt gleich, was dort rein ist. Also, ich... Aber bitte schon tut es das nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich bin da wahnsinnig jemandem was schuldig. Und das ist irgendwie ein komisches Gefühl für so einen Typen wie mich. Aber die Monika bedankt sich recht herzlich. Danke. Die Hunde wenden sich rein. Super. Danke. Da ist noch ein Paket gekommen. Das habe ich mir aber selber bestellt diesmal. Das glaube ich. Das war's. Also, das sah die Quadra Italy nach und da stand, die Frye